Musik Das sind alles Geheimtipps, das kannst du nicht filmen. Das ist eine Dreiersitzbank aus dem Kreisler, da haben wir draufgeschraubt und unter dem Bau und unten drunter gibt es zwei Snowboards. Die haben zu mir gesagt, mach na mit hier. Und da habe ich gesagt, gut, ich mach mit, ich hab aber keine Hitsch. Da hat der Veranstalter gesagt, gut, wir machen es so, du fährst mit der Jump Hitsch. Da fühle ich mich wirklich geehrt. Für diese Geschichte haben wir uns hier Buckelbergwerke, richtig Buckelbergwerke, die, wie sie die Bergleute früher hier auf dem Buckel getragen haben, haben wir uns hier mitgebracht. Ja, das zu erfinden und dann können wir uns zusammen hinsetzen und bauen. Ich hab das mit einem Schuhe, das ist immer ein Schuhe. Du musst dich natürlich mächtig hier reinnehmen. Roppe, 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 Roppe. Wir sind gespannt, Leute wir sind wirklich gespannt mit EIRO PUh. Wir sind gesprungen jetzt hier, will er ihr bestes Zeichen. Das ist die Startnummer. Das ist die Startnummer. Weg, weg, weg! Das Tier ist Spock von der Ausgleichs. Wir sind gesprungen heute, haben sie die ersten Brunnen. Danke, liebe Schmerzen.